Hallo, ich bin Sabine Lischka, Lehrerin an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten, bin 28 Jahre alt und leidenschaftliche Triathletin. Ich habe mich auf die Langdistanz spezialisiert, heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und im Anschluss dann noch einen Marathon laufen mit 42 Kilometern. Meine Erfolge auf der Langdistanz sind, dass ich 2017 Europameisterin in Frankfurt geworden bin, in meiner Altersklasse und konnte damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii erlangen. Da mein Studium in Bezug auf Lehramt war, habe ich dann versucht, neben meinem Studium halt mir einen Nebenjob zu suchen, der schon in die Richtung Lehrer halt geht und habe dann beim Landessportbund angefangen und habe Sportkurse gegeben, unter anderem halt auch Nichtschwimmerkurse für kleine Kinder und auch Kurse für Jugendliche gegeben und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich mein Hobbysport einfach mit Kindern und Jugendlichen halt teilen kann und die halt anlernen kann, was Neues zu lernen und da habe ich dann halt gemerkt, dass es auch der richtige Weg ist mit Lehramt. Mein Berater hat mich in allen Versicherungen unterstützt, die ich halt benötige für das Referendariat und auch dann hinterher für das Berufsleben und dann auch generell der Blick auf das Finanzielle, was verdiene ich und was brauche ich am Ende, wenn ich halt ins Rentendasein gehe und da konnte er mir alle Fragen beantworten und konnte damit ein komplettes Paket fertig machen, was die nächsten Schritte sind und dabei hatten wir beide immer den Blick jedes Jahr gehabt und auch immer noch die Beratung läuft, dass man halt jedes Jahr neu guckt, was man braucht und wirklich alle Fragen werden komplett mit der Beratung halt beantwortet. Grundsätzlich ist es so, dass die Lehrkräfte meistens die Frage haben, hey, was kommt denn im Referendariat überhaupt auf mich zu? Ich habe schon so vieles gehört aus verschiedenen Quellen, ich habe das Internet auch schon befragt, aber was so wirklich auf mich zukommt, weiß ich nicht. Das heißt zum Beispiel, wie viel Geld verdiene ich im Referendariat, wie sieht es mit der Krankenversicherung aus? Gehe ich in die gesetzliche, muss ich in die private oder was steht da überhaupt an? Und das ganze Thema Haftung, Mensch, ich habe irgendwie gehört, die Schlüssel in der Schule kosten in den Heiden Geld, was muss ich da beachten und was ist auch mit den Schülern? Wie schütze ich mich am besten? Grundsätzlich ist es so, dass wir mit zweierlei Sachen unterstützen. Einerseits durch unsere 30-jährige Expertise, die wir im Bereich der Beamten aufgebaut haben und zum anderen mit einer breiten Produktauswahl. Das heißt, mit über 250 Gesellschaften fällt es uns deutlich einfacher zu sagen, welches Produkt passt zu dir und stellen dir auch die Vor- und Nachteile gegenüber. Das Tolle am Lehrerjob ist einfach, dass man sowohl Lehrer als auch Erzieher, als auch einfach nur ein Mitmensch von den Schülerinnen und Schülern ist und man sie auf ihren Lebensweg begleiten kann und mit diesen Aufgaben einfach auch mitwächst und das erleben darf. Meine Schüler sind, würde ich jetzt mal behaupten, schon sehr begeistert davon. Ich habe viele Schüler, die mir auch bei Social Media auch folgen tatsächlich, die immer genau wissen, bei welchen Wettkämpfen ich bin, wie ich abgeschnitten habe und am nächsten Tag in der Schule kommt natürlich dann auch mal ein herzlichen Glückwunsch. Und es ist schon ein schönes Gefühl, dass die Schüler tatsächlich da mitfiebern mit mir und auch dabei sind oder halt auch die Eltern tatsächlich auch mit dabei sind. Also es ist schon ein schönes Gefühl, dass man halt auch da eine Unterstützung tatsächlich von den kleinen Schülern bekommt als auch von den großen Oberstufenschülern. Das ist sehr angenehm. Vielen Dank.